Frank Lehmann, Torwart, Rückennummer 20. Frank Lehmann, auch dir ein herzliches Willkommen an der Kaiserlinde hier in Elversberg, heute auch zum ersten Mal vor der Kamera bei TV11. Wie war denn dein Einstieg bei der SVE? Ja, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen vom ersten Tag an. Ich denke, das können alle Neuzugänge bestätigen. Man hat gleich ein sehr familiäres Gefühl, man fühlt sich gleich aufgenommen und zu Hause. Von daher war der Start sehr gelungen. Wie hast du denn die SVE so bislang gekannt oder was hast du bislang über die SVE gekannt? Ja gut, man hat selber schon gegen Elversberg gespielt, damals zu Drittliga-Zeiten und auch danach den Weg von Elversberg verfolgt. Ich meine, die letzten zwei Jahre immer eine sehr gute Rolle in der Regionalliga gespielt gehabt und leider den Aufstieg immer knapp verpasst gehabt. Von daher hat man Elversberg immer wieder verfolgt und es ist ja auch ein Fußballklub, den man nicht unterschätzen darf. Ja, kommen wir mal zu deiner Position. Du bist Keeper. Wie kam es überhaupt dazu? Also ich sage mal, der Torhüter ist ja dann durchaus eine Position. Ja, steht ganz oft im Blickpunkt. Du kannst das Spiel entscheiden. Es gibt auch dann mal den einen oder anderen Moment, der nicht unbedingt so glücklich ist. Wie hat das bei dir angefangen? Wie bist du eigentlich oder warum bist du eigentlich Torhüter geworden? Grundsätzlich habe ich angefangen im Feld erstmal ein halbes Jahr. Da habe ich aber dann relativ schnell gemerkt, bin ich ganz so der Schnellste. Und ich muss dazu sagen, mein Papa und mein Opa waren beide auch Torhüter und dann ging alles natürlich so ein bisschen seinen Weg. Ich habe dann auch angefangen am Anfang immer den Ball außerhalb. Also ich habe eigentlich überall in die Hand genommen und dann hat irgendwann mein Vater gesagt, also du merkst selber, du willst ins Tor, du musst ins Tor. Ja, nee, Quatsch. Ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ich möchte lieber ins Tor und so kam das dann. Wie wir heute wissen, war das dann ja nicht die schlechteste Entscheidung, dich ins Tor zu stellen. Du hast kürzlich in einem Interview berichtet, dass du bei der Suche in einem neuen Verein durchaus bereit wärst, für einen ambitionierten Klub in der Regionalliga zu starten. War das deshalb genau für dich die Entscheidung, ich gehe zur SV Elversberg? Ja, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, Elversberg ist ein sehr guter Verein. Die haben sich einen sehr guten Namen gemacht die letzten Jahre und ja, das war nicht allein der ausschlaggebende Punkt. Ich hatte gute Gespräche mit dem Trainer, mit Sascha, mit unserem Torwarttrainer und ja, da habe ich einfach das Vertrauen gespürt und gemerkt, dass sie mich haben wollen. Und das war dann für mich natürlich noch wichtiger zu wissen, ich komme irgendwo hin, wo man mich schätzt, wo man weiß, was man an mir hat und ich einfach das Vertrauen auch kriege. Das war mir extremst wichtig, weil ich das so ein bisschen vermisst habe die letzten Jahre. Okay. Der Ball rollt ja jetzt quasi in wenigen Tagen wieder, also bald geht die Saison los. Welches vorläufige Fazit, es sind ja noch ein paar Tage Training, aber welches vorläufige Fazit ziehst du denn jetzt so unter die Saisonvorbereitung? Sehr gelungen, natürlich haben wir einige neue Spieler, die es halt gilt zu integrieren. Ich denke, unsere Testspiele waren auch alle erfolgreich, dass manche Dinge noch nicht ganz zu 100 Prozent sitzen, ist aber völlig normal. Aber ja, ich denke, gelungen und hat mega viel Spaß gemacht. Auch das Trainingslager hatte ich auch schon mal erwähnt. Wir hatten ein sehr gutes Trainingslager und wie gesagt, alle Testspiele sind sehr gelungen gewesen. Wir hatten jetzt schon mal gehört, die Regionalliga Südwest, die gleicht von der Stärke her oder die hat eine Stärke fast schon wie die dritte Liga vielleicht kommende Saison. Hast du die Vorbereitung der anderen Mannschaften auch so ein bisschen verfolgt, dass du sagen kannst, ja diese Regionalliga, die hat es vermutlich echt in sich? Nee, ich muss ehrlich sagen, andere Sachen habe ich jetzt wenig verfolgt. Ich habe mich hier auf meinen Job konzentriert, mich darauf konzentriert, mich gut in die Mannschaft einzubinden, heimisch zu werden. Und andere Dinge habe ich jetzt nicht so groß verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Eine letzte Frage, was können denn die Fans, was können die Zuschauer, die dann in wenigen Tagen hier hinter uns zum ersten Mal dann auch in der neuen Saison zum Spiel kommen dürfen oder zum Spiel kommen möchten? Die brennen ja teilweise schon richtig drauf. Was können die denn von der SVE erwarten in der neuen Spielzeit? Ja, wir wollen den Fans natürlich was bieten und vor allen Dingen erfolgreich spielen. Und da anknüpfen eigentlich, wo man letztes Jahr aufgehört hat. Also nicht da, wo man aufgehört hat mit den Relegationsspielen, das ist klar. Aber die letzte Saison halt auch sehr erfolgreich abgeschlossen hat und natürlich der letzte Schritt gefehlt hat, leider. Aber ich denke, wir wollen offensiv Fußball spielen, es den Gegnern schwer machen und hier zu Hause so wenig wie möglich hergeben. Am besten gar nichts. Prima. Dabei wollen wir es belassen. Herzlichen Dank. Dass du bei uns warst und dann viel Glück für dich, für die gesamte Mannschaft und auf eine gute Saison. Besten Dank. Dankeschön.